Hallo, wer seid ihr denn? Henrico und Josefine. Okay, und ihr wart gerade beim Konzert? Ja. Was hat euch denn besonders gut gefallen? Eigentlich war es sehr schön, alles. Verhält ihr irgendein Lied ein, was dir besonders gut gefallen hat? Nein. Haben wir doch mal gesungen. Auch von Falco, glaube ich, oder? Ja. Singst du auch selber? Nur in der Badewanne wahrscheinlich, oder? Nein, gar nicht. Auch nicht? Aber es wäre doch mal was zu singen, oder? Nein. Nein, eigentlich nicht für mich. Ja? Spielst du ein Instrument? Ja. Was denn? An die Trompete. Trompete, ja, ist ja auch ganz gut, ne? Also, dann vielen Dank fürs Kommen. Tschüss. Hallo Paulina, hat es dir gut gefallen? Ja? Hast du geklatscht? Mal klatschen. Mal klatschen. Sehr gut. Sag mal, wie heißt du denn? Fiona. Und, warst du gerade beim Akafana-Konzert? Ja. Hat es dir gefallen? Ja. Was war besonders gut? Ähm, alles. Ja, zum Beispiel, welcher von den Sängern hat dir denn am besten gefallen? Ähm, die Mädchen. Ja, die Mädchen war besser. Singst du selber auch? Ähm, nur in der Schuhe. Okay, sind noch Freundinnen von dir da? Ja. Zeig mal, wo sind die? Da. Ah, wer ist das? Da und da und da und da. Wir sind ja ganz schön schüchtern. Singst du auch? Was ich singe? Nein, nicht mehr. Und warum bist du? Aber hören findest du gerne Akafana-Musik? Ja. Und was hat dir heute für ein Lied am besten gefallen? Ja, keine Ahnung. Eigentlich alle. Ja, super. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.